Liebe Leute, mein Name ist Tragner, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zur nackten Brutalität. Jo, wir schauen mal, also so nackt und so Brutalität ist es ja jetzt gar nicht mehr. Unsere Siedlung nimmt tatsächlich immer mehr Formen an. Böden, wenn die Böden drin sind, geht's gleich weiter. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich hätte gerne einen kleinen Knast. Und das hier muss eindeutig umstrukturiert werden. Entschuldigung. Oh, ich glaube, wir reißen hier ein paar Stühle ab, das war ein bisschen viele. Erstmal vier Stühle, glaube ich, sollten langen. Eigentlich würde dann auch ein kleinerer Tisch langen. Bauen wir nochmal ein bisschen um. Oh, der ist ja noch größer. So langt das Ganze auch. Ein paar Kausstoffe, ja, der ist wichtig. Der ist wichtig. Und hier geht's auch schon weiter. Cool. Okay, wir brauchen trotzdem schon wieder ein bisschen Stahl. Und vor allen Dingen auch ein paar Bauteile. Jetzt glaube ich unten ein bisschen viel, was ich da abbaue. Aber egal. Ja, was geht denn hier ab? Wieso? Naja, wir haben einen Haufen Heizungen dazu gebaut. Wir haben ein paar Lichter dazu gebaut. Klar, kostet alles. Ah, Tisch aus Holz. Das war natürlich auch nicht ganz richtig. Wir wollen einen Tisch aus Marmor. Und das gefällt mir so auch nicht. Wir machen das mal so. Und so. Ja, und das muss man sich dann hier auch noch ein bisschen überlegen, wie man das am besten macht. Also... Weckt man denn jetzt auf? Wer hat denn hier gerade am meisten Laune? Dog hat am meisten Laune. Kümmer, du dich mal bitte... Ach, gleich ganz abgebrannt. Ganz abgebrannt. Geile Geschichte. Ja, okay. Wir haben eh kaum Benzin. Das lassen wir mal vorübergehend. Wir wollen lieber hier so eine zweite Solaranlage. Und hoffentlich wird die Forschung bald fertig. Dann könnten wir eher hier ein Geysir anschließen. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. Also, was ich gerade sagen wollte, ich hätte gerne eine Küche mit Esszimmer und Zugang zum Lager zusammen. Also nicht, dass man hier immer so außen rumlaufen muss, bis man was zum Essen hat. Ich hätte das gerne ein bisschen schöner zusammen alles. Ihr könnt natürlich hier einfach zwei Kühlschränke hinstellen mit Essen. Aber... Gefällt mir halt auch nicht so ganz. So, Lemmy, komm, einfach mal noch hier den Stuhl schnell tragen. Dankeschön. Kamisa hat Hypothermie. Kamisa, komm mal her. Zieh dir mal bitte sofort den Parker an. Dann hast du nämlich auch kein Problem mit Hypothermie mehr. Das wird sich jetzt relativ schnell dann erledigt haben, dass sie jetzt mal kurz im Bett liegt. Hypothermie ist schon wieder weg. Ja, dann muss unser Craftingraum jetzt ein bisschen größer sein. Wir brauchen mal eine Schmiede hier für den ganzen Metallschrott. Wie gesagt, das Lager muss woanders hin. Das so gefällt mir eigentlich auch nicht mehr. Wobei ich glaube, das Crafting, also hier wahrscheinlich den Aufenthalt und den Essensraum lassen werde. Sora bricht gerade zusammen. Lemmy dagegen ist wieder fit. Der kann arbeiten. Ja, unsere Forschung ist gleich fertig. Geile Geschichte. Ich würde das Crafting, glaube ich, gerne nach hinten ein bisschen verschieben. Und dafür... Oh, Waffenhändler. Und dafür die Wand dann hier rausreißen. Das quasi noch dazu hängen. Hier noch einen Billardtisch rein. So ein bisschen. Teils aus Granit. Teils aus Granit. Machen wir mal noch hier rein und hier rein. Party! Ah, hier ist er. Maya, Maya, rede mal bitte. Oder besser gesagt, handle mal. Nein, bleib da! Mist. Wollte nicht. Hungernde Kolonisten? Hä? Boden nehmen Formen an. Ja, hier brauchen wir auch noch Boden drinnen. Stahl haben wir gerade. Bauteile haben wir auch. Wir bauen aber auch noch ein bisschen ab. Forschung abgeschlossen. Okay. Jetzt machen wir als erstes mal Gedanken, was wollen wir als nächstes für eine Forschung haben. Ist eigentlich nicht ganz so schwer. Ah, hier oben ist es. Ich muss jetzt mal auf Waffen gehen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen vorwärts kommen. Genau. Und ich werde jetzt ganz hart sein. Ich gehe direkt durch. Mechanik, Waffenschmiede, Rückstöße, Geschütztürme. Damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir wollen aber auch gleich das erste Geothermikkraftwerk. Braucht viel Strom, äh, viel Stahl, aber bringt auch viel Strom. Und wir bauen ja eh schon Stahl ab. Also die Rohstoffe haben wir eigentlich sofort zusammen. 260 haben wir hier schon. Sora fehlt noch eine Hose, gell? Ja. Immer noch eine Hose. Nächste Baumwolle fast fertig. Ja, und dann bräuchte man eigentlich auch mal ein richtiges Gewächshaus, weil dann könnte man hier auch Geothermiekraftwerke theoretisch hinschließen. Also vom Strom her werden wir es irgendwann mal wirklich, wirklich, wirklich gut haben. Hygiene wollte ich noch mal kurz reingucken. Hier hätten wir auch richtig, richtige Heizkörper. Allerdings brauchen wir dafür Wasser. Und wir müssen, ja, obwohl das geht, glaube ich, über die normalen Rohre. Hä? Ah, nein. Sowas darf einfach nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Hat mir jetzt das ganze Feld hier kaputt gemacht, nur dass die Tür offen geblieben ist. Aber ich habe eine andere Idee. Auch wenn es ein bisschen doof ausschaut. Wir werden jetzt einfach schon mal unsere Basis vorübergehend schließen. Schließen heißt, hier wird alles überdacht. Und dann wird das hier auch gewärmt. Stellen Heizungen rein. Und dann kann auch, wenn hier die Tür offen bleibt, ist es dann vollkommen egal. So, wo ist denn die Karawane hier? Diesmal Maya direkt. Bitte einmal handeln. So, wie schaut es denn aus? Wir können Gold verkaufen. Wäre ich vielleicht sogar geneigt dazu. Wir können verkaufen. Eine schlechte Mitte, ein schlechtes Hemd, das aber noch guten Zustand hat. Aber das T-Shirt verkaufen. Die haben blöderweise keine Hose für uns. Ich hätte jetzt glatt eine Hose gekauft. Aber die haben es von dem Bau-Roboter-Basisstation. Sie haben keinen Roboter? Nein, haben sie nicht? Wir könnten einfach Stoff kaufen. Gold dafür verkaufen. Also irgendwann werden wir Gold zwangsläufig brauchen. Oder wir lassen es mit dem Gold. Wir verkaufen Nahrung und lassen es mit dem Gold dabei. Muss auch nicht so viel Nahrung sein. Ein bisschen Geld ausgeben ist ja in Ordnung. Bock wäre was, glaube ich, scharf für Milch. Aber müssen wir eigentlich auch irgendwie ernähren. Naja, da traue ich mich nicht so ganz ran gerade. Sollte eigentlich jetzt nicht das Problem sein. Aber ich lasse es mal noch. Ja, ich glaube, so machen wir das. Dann habe ich jetzt Stoff und kann einfach... Haben wir es jetzt gemacht? Ja, wir haben Stoff. Okay. Wundert mich. Normalerweise liegt es doch hier irgendwo rum. Aber in dem Fall... Hm, keine Ahnung. Liegt es gleich im Lager. Passt. Ja, also. Die Böden müssen noch fertig werden. Hier machen wir endlich mal zu. Dann ist unsere Kolonie etwas geschlossener. Wird natürlich nicht so bleiben. Also das wird hier alles dann noch umgebaut und so. Ähm, das ist jetzt nur, um die Kolonie mal zu schließen. Also das Gewächshaus muss ja dann... Also die Gewächshäuser beide kommen sowieso weg. Da kommt irgendwann mal ein richtiges Gewächshaus irgendwo hin. Ähm, hier kommen Kraftwerke ran. Dann schaut auch das von den Formen her ein bisschen schöner aus. Hm, hier würde ich eigentlich gerne das Gefängnis hinbauen. Und zwar jetzt ja dann schon. Weil es ist natürlich auch sehr weit weg von der Nahrung eigentlich, gell. Ja, und wir müssten eigentlich... Psychische Beruhigung. Das ist in Ordnung. Ähm... Wir müssten eigentlich auch mal hier noch unser eigentliches Kampfgebiet, sag ich mal, auch noch zumachen. Erstmal schließen wir jetzt das hier an. Müssen wir natürlich auch mit dem Strom machen. Logisch. Ziehen wir hier über die Rohre drüber. Böden hätten wir auch fast tatsächlich. Ah, genügend Strom haben wir auch wieder. Wenn wir hier noch... Äh... Ach, das war unsere... Uh, unsere Herstellung für den Kraftstoff. Das heißt, unser Kraftstoffgenerator... ...is bald leer. Hm, 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 hm. Ja, hier passt das momentan nicht rein. Ich stelle es einfach mal vorübergehend hier hinten rein. Ungänztige Temperatur Ach, weil es keine Heizung hat Doch, bauen wir lieber das hier Das ist gerade wesentlich wichtiger Wesentlich wichtiger Dann ist nämlich das Kraftwerk schlichtweg angeschlossen Ja, so meinte ich das Also Strom haben wir erstmal genug Und den Biokraftstoff baue ich tatsächlich eigentlich auch nur hin Damit wir unsere Kacke einfach wegbekommen Wir haben hier noch fast 5000 Tonnen Kacke hier rumliegen Und wir müssen sie ja nicht verschwenden, so wie sonst immer Hier unten ist zu, sehr gut Boden bei Camisa ist fertig Sind übrigens überall schon unsere Nachtkästchen fertig Die Zimmer Werden also tatsächlich besser Sehr schön, sehr schön So, die Frage ist dann nur Wie machen wir hier weiter mit dem Knast Also eigentlich hätte ich ihn gerne hier hin Aber eigentlich ist es doof wegen der Nahrung Weil wir brauchen für den Knast ja auch Nahrung Und gegebenenfalls Medizin Also eigentlich wäre es geschickter Aber man macht den Knast irgendwie hier mit rein Und wir brauchen ja auch mehr Unterkünfte Den Knast vielleicht einfach hier hin Sagt, ich ziehe hier eine zweite Mauer durch Was haben wir denn hier? Granit, ja, okay Eine, zwei Überfall Pistolenmänner Oh, wie zwick Shotgun Und Pistole Flatterhaft, okay Aber würde ich grundsätzlich mal nehmen Ja, den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt Und wie immer vergessen nachzuschauen Ob sie direkt angreifen Präventivschlag Also, nein Vito und Decker greifen uns an Jetzt nur die Frage Kommen sie auch außen rum? Vermutlich Dann lassen wir mal weiterlaufen Und wir planen Dann hätten wir Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier Okay Wir könnten also eigentlich auch sagen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wir machen einfach die Zimmer ein bisschen größer tatsächlich Und machen einfach so mit kleinen Badezimmer irgendwie Dann hier quasi eine Tür rein und hier Oder um es vielleicht ein bisschen schöner zu machen Eher andersrum Ob die sich hier durchprügeln wäre mir jetzt wurscht Und dann irgendwie so So, sie kommen Und hier dann den Schutzgang noch rein Also Kanonen und das wir durchschießen können Und dann können wir auch hier Können wir auch Kühlschränke mit Essen und Medizin hier reinstellen Oder eher hier reinstellen Irgendwie so So, schauen wir mal ganz kurz Ihr bewegt euch Wohin? Das ist jetzt die Frage Also ich vermute mal, dass sie hier so durchgehen werden Ja, tun sie Das heißt, wir bewegen uns jetzt halt auch schon mal Hier hin Der erste ist da Decker Treff, ziehen doch Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön Ja Vito auch noch Gut So, jetzt haben wir nur das Problem Beide Könnten wir gefangen nehmen Ja, macht es mir manchmal auch echt schwer Jetzt habe ich nämlich noch gar keinen Der ist in drei Stunden tot Und der in vier Stunden Wisst was, ich lasse sie beide sterben Ist mir egal Ausziehen Ganz schnell Ausziehen Sie hauen mich beide nicht so um Dass ich jetzt sage Ich brauche sie unbedingt Dann haben wir übrigens die Klamotten Die Waffen sowieso Und so Bald sie Tot sind Werden wir sie einfach begraben Und gut ist Biokodierte Schrotflinte Biokodierte Pistole Seit wann sind denn die biokodiert Das ist ja eklig Okay, kümmern wir uns natürlich dringend drum Ist logisch Und hier bräuchte man eigentlich noch ein weiteres Schlafzimmer Die haben natürlich auch immer schön einen Warum hat man heute schon wieder hier verrottet Innen 8 Grad Okay Nicht besonders warm hier drin Ich sehe schon Wir haben jede Menge Projekte Das gefällt mir so nicht Also die Projekte gefallen mir schon Lemmy Aber Lemmy arbeitet doch Nein, arbeitet nicht Äh, arbeitet meine ich Schon wieder Boah, hey Ist ja Wahnsinn Okay Sora dagegen Kann arbeiten Und Camisa Ebenfalls Oh Und die Oh nein Die haben Granaten Die haben Granaten Und die graben sich zu uns durch Die graben sich durch Du kannst ja die Schrotflinte glaube ich Gar nicht aufheben Wenn wir jetzt eine Schrotflinte Ging das Nein Ging nicht Hatte mich jetzt auch sehr gewundert Wenn es gegangen wäre Bio Kodiert heißt Geht nicht Das sind sie Ja Wie Ach das ist ja Okay Okay Jetzt sind sie eh schon durch Dann kann ich auch Dann kann ich auch meine Leute Alle gleich so stehen lassen Sobald einer durchkommt Ähm Wird von Aus allen Rohren gefeuert Nicht Ja der ist gut Der ist gut Dass der sofort instant tot ist Wäre jetzt schön gewesen Wenn der noch eine Granate Reingeschmissen hätte in uns Ja Oh was für ein Glück Dass wir Was für ein Glück Dass wir tatsächlich da So ohne Problem jetzt Äh Durchgekommen sind Der dagegen ist Alles andere als schlecht Hm Welches Zimmer nehmen wir denn Ich glaube wir nehmen Mal vorübergehend Kamissa Und Nehmen Dich Gefangen Die Leichen Alle weg Na wir haben Kein Benzin mehr Müssen wir aber auch gleich Wieder rein tun Bist du denn schon Verarzt worden Tatsächlich 14 Oh den kriegen wir auch Den kriegen wir auch Geile Geschichte Okay Wir sind trotzdem Schon wieder bei 26 Minuten Deswegen Für heute war es das Schon wieder Oh und guckt mal Schrotflinte normal Wir haben auch was Was wir benutzen können Sehr geil Also ich danke mal wieder Fürs Zuschauen Und ich hoffe Wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Bis dahin Servus